Der Herr geholfen Meine Freunde, wir haben gehört, über den Bus, über den Bruder Paul erzählte, dass wenn er Leute eingeladen hat und schon losgefahren ist, dass er dann kein Recht mehr hat, anzuhalten. Meine Freunde, wie gut ist es, dass dieser Bus der Errettung noch steht und noch Leute einsammelt. Und wir alle haben die Möglichkeit, Platz zu nehmen in diesem Bus, der fährt in das Himmelreich Gottes. Und meine Freunde, wie wichtig ist es, nicht zu spät zu kommen zu diesem Bus. Und die Wahl müssen wir hier auf Erden treffen. Ich würde gerne etwas teilen aus dem Wort Gottes, das geschrieben steht in Kapitel 10 des Johannes-Evangeliums, Vers 10. Der Herr kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Meine Freunde, wir sehen hier zwei Personen. Und die erste Person, sie kommt nur dazu, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann wissen wir, dass der Dieb, es ist der Satan, der gekommen ist, um die Seele der Menschen zu verderben. Er hat nur ein Ziel. Zu töten, zu stehlen und zu verderben. Zu töten, zu stehlen und zu verderben. Er hat viele Möglichkeiten. Und manchmal kommt es vor, dass die Menschen der Welt und auch wir, wir denken darüber. Und wir wundern uns darüber, dass sehr viel Böses geschieht auf der Welt. Und wir denken, ach, es ist okay, da ist ein Krieg geschehen, da ist ein Unfall geschehen und Menschen sind umgekommen. Und warum geschehen Terror und lauter so Geschehnisse? Und warum sterben unschuldige Menschen, auch Kinder? Und meine Freunde, ich möchte sagen, Satan ist es gleich, wie er den Menschen verdirbt. Weil das ist sein Ziel. Er strebt danach. Er hat Zeit. Und er wartet darauf und er möchte verderben die menschliche Seele. Ich erinnere mich an den Dienst im Militär in Russland. Und Bruder Wikt hat mal irgendwie erzählt, dass es zugelassen wird, dass 3% von den Soldaten verloren gehen. Und wenn in einer Friedenszeit eine Militärübung geschieht, es wird viel einbezogen, Technik und Menschen. Und die Armee lernt, zu Krieg zu führen. Und wenn drei Menschen von 100 umkommen, dann trägt keiner dafür die Haftung. Und ich zähle weiter. Wenn das 1000 Menschen sind und 30 kommen um, dann trägt keiner dafür die Haftung. Meine Freunde, wenn 10.000 Menschen mit einbezogen sind und 300 kommen um, dann trägt keiner dafür die Haftung. Aber das ist jemand, der Sohn oder jemand, der Bruder. Vielleicht auch jemand, der Mann oder auch Vater. Die Menschen sind ins Militär gegangen, um zu dienen. Sie wollten das Schuldige ihrem Land erfüllen. Und jemand ist nicht nach Hause gekommen. Und das geschieht zu Zeiten des Friedens. Meine Freunde, und das wird zugelassen. Der Feind, der kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Er hat viele Möglichkeiten. Möge das Alkohol sein oder eine Drogensucht. Es ist ein Krieg oder ein Unglücklicher Zufall. Oder ein Geschehen. Ein Mensch, die in der Griehe und zu diesem Herr der Griehe. Der Mensch lebt in der Sünde und dient dieser Sünde. Er ist in der Knechtschaft dieser Sünde und er dient diesem Herrn der Sünde. Er schlugt ihm sehr aktiv und bemüht sich. Er investiert Zeit, Gesundheit und Güte. Aber der Herr der Sünde hat kein Mitleid. Er hat kein Erbarmen. ihm ist es gleichgültig, wie er den Menschen verdirbt. Wie er die Familie zerstört, wie er die Gesundheit raubt. Wie er die Arbeit wegnimmt, wie er das Haus wegnimmt. Wie das Leben zu nehmen. Und wie seine Seele zu verdirbt. Das ist sein Ziel, das ist seine Arbeit. Meine Freunde, es gibt aber noch einen Herrn. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Und wir lesen im selben Kapitel, in dem elften Vers, solche Worte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt, der Mensch hat die Möglichkeit, einem anderen Herrn zu dienen. Der es nicht bereut hat in seinem Leben. Der die Errettung gibt und die Vergebung der Sünden. Der freimacht von jeder Sucht und der Sünde. Der erbaut die Familie. Der es ermöglicht den Kauf und den Bau des Hauses. Der es ermöglicht die Lehre oder die Arbeit. Der das Leben gibt und das Leben im Überfluss. Er gibt Friede, Freude und ein Wohlgefühl der Seele des Menschen. Er erfüllt seine seelischen und geistlichen Nöte. Die materiellen Nöte. Der Gott, der ein Gott des Friedens ist. Und der Mensch hat die Möglichkeit, wem er möchte dienen. Er muss einen Herrn wählen. Wem soll er dienen? Jeder Mensch wählt sich einen Herrn aus, wem er dienen möchte. Gott lässt einem Menschen die Wahl. Der Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Weil er wird den einen lieben und den anderen hassen. Dem einen wird er mit Freunden dienen und über den anderen wird er murren. Deshalb muss man einen Herrn wählen, den man dient. Und mit Eifern verdienen. Meine Freunde, das ist der Herr Jesus Christus, der das Leben gibt. Der die Hoffnung gibt. Der die Gemeinschaft mit ihm gibt. Und der den Himmel vorbereitet hat für die, die ihm dienen. Er hat das ewige Leben mit Jesus Christus in Freude und Wohlgefallen. Meine Freunde, die Wahl haben wir. Ich erinnere mich an so ein Gedicht. über einen johannes Weltlichen. Da sind solche Worte. Du hast die Wahl, du entscheidest. Nach links zur Hölle oder nach rechts im Paradies. Neutralen Zonen im Weltraum нет. Nur, Ваня. Tьma und свет. Eine neutrale Zone gibt es nicht, Jonas. Entweder Finsternis oder Licht. Geht zu Christus, um Rat zu holen. Er steht an deinem Tor. Tебя, Господь, сегодня ждет. Dich erwartet der Herr heute. Meine Freunde, dich erwartet heute der Herr. Автобus, спасение, набирает людей. Der Bus der Errettung, er sammelt Leute ein. Es gibt noch freie Plätze. In diesem Bus. Der nicht das Recht hat, anzuhalten, während der Zeit der Fahrt. Meine Freunde, der nächste Halt ist die Ewigkeit. Ich spreche das Sinnbild. Aber das hat einen direkten Bezug auf uns. Zu denen, die heute an diesen Ort gekommen sind. Die nächste Haltestelle ist die Ewigkeit. Während der Fahrt kannst du nicht mehr in den Bus einsteigen. Aber solange der Bus hält, gibt es noch diese Möglichkeit. Meine Freunde, nutzen wir diese Möglichkeit. Der sich noch nicht befindet in diesem Bus der Errettung. Weil er noch wartet. Es gibt noch freie Plätze. Um zu gelangen in das ewige Leben und zu sein mit Jesus. Und deshalb müssen wir den Herrn verlassen, der gekommen ist, zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und wir wenden uns an den, der das Leben gibt und das Leben im Überfluss. Meine Freunde, wir beugen unsere Knie vor Gott. Wir danken dem Herrn, dass schon viele von uns dem richtigen Herrn dienen, der das Leben und das Leben im Überfluss gibt. Und wir werden noch für die beten, die noch dem anderen Herrn dienen. Wer noch zieht diese angenehme Zeit. Jemand versucht Gott. Jemand möchte auf einer neutralen Zone bleiben. Aber diese Zone gibt es nicht. Es gibt entweder Finsternis oder Licht. Tod oder Leben. Die Wahl haben wir. Wir beugen unsere Knie vor Gott. Wir danken ihm für alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020